Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einem neuen Faulenzkalender, Adventskalender, Erklärwehr-Video. Das Video ist dafür da, um euch zu sagen, es wird auch dieses Jahr wieder einen Faulenzkalender geben. Wie läuft das Ganze ab? Wie nimmt man daran teil? Was ist ein bisschen anders als sonst? Und es ist auch ein großes, fettes Dankeschön von mir an euch, denn ohne euch wäre das nicht möglich. Denn auch dieses Jahr ist der Faulenzkalender wieder komplett selbst gekauft. Da ist nichts gesponsert. Ich war nicht bei den Herstellern Klinke putzen, sondern ich habe selber geguckt, was kann man kaufen, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Es ist tolles Zeug drin, es ist aber auch wieder bananiges Zeug drin. Ich sage aber nur so viel, ich habe darauf geachtet, halt nicht Zeug wegzukaufen, was schwer zu bekommen ist. Wo dann andere, die es sich zu Weihnachten wünschen oder verschenken wollen, dann da, wo ich dann zum Beispiel was wegnehme. Deswegen sowas wie, es ist keine PS5 drin. Sowas auch direkt klipp und klar gesagt. Aber das ist alles, wie gesagt, nur möglich, weil ihr die Sachen ohne Werbung oder mit Werbung guckt, YouTube Premium Abonnent seid oder sowas oder an die Affiliate Links denkt und mir die einigen Werbekooperationen dann doch verzeiht. Weil ohne das alles muss man auch klipp und klar sagen, wird es diesen Faulenzkalender nicht geben können. So, aber ihr noch dabei. Was, wie läuft das dieses Jahr ab? Ich werde es dieses Jahr machen, die einzelnen Türchen im Faultierland-YouTube-Kanal raushauen. Das ist jetzt kein Grund oder kein Mittel, um den Faultierland-Kanal zu pushen. Bitte nicht, den müsst ihr auch nicht abonnieren. Ihr müsst mir auch nirgendwo folgen, um hier daran teilzunehmen. Das gibt es hier nicht. Also hier nicht liken, nicht abonnieren, nicht followen, was auch immer da draußen. Nein, ich will das nur diesmal endlich ein bisschen entzerren. Denn sonst haben wir, es gibt sowieso eine Schwämme zur Weihnachtszeit da draußen an Videos, an Kalendervideos und sowas. Und dann gibt es dann morgens einen Kalender und mittags oder sowas oder nachmittags oder spätabends haue ich dann was auch immer raus. Und dann kommt das nächste schon und dann gehen die normalen Videos ein bisschen unter, was teilweise auch wieder ein bisschen schade ist. Und nein, das Faultierland, es wird so oft vernachlässigt von mir. Das ist das, der Kanal, wo ich hier, was weiß ich, da habe ich Grillkohle ausgepackt. Da habe ich, wenn ich Bock habe, über einen Film oder eine Serie zu reden. Wir hatten Spielzeugsachen, es ist, da wird das total bananigste Zeug gemacht. Also es soll jetzt nicht, es klingt jetzt natürlich toll, aber es ist wirklich ein, den Kanal muss man wirklich nicht kennen. Das ist halt eher auch wirklich eher zum Spaßkanal. Und deswegen, und ich vernachlässige oft genug und ich werde ihn auch in Zukunft immer wieder vernachlässigen, aber um es halt zu entzerren, packe ich da die Faulenz-Videos dann rein. Wer das Ganze sowieso im Blog guckt, dem kann es ja egal sein. Da ist ja wieder der Blogbeitrag und wo und wo, welchem Kanal das Video, was da verlinkt ist, erscheint. Ist ja dann sowieso nur Wumpe. Das vielleicht als Hinweis und wenn sich in den nächsten Tagen Leute unter anderem Videos fragen, wieso gibt es dieses Jahr keinen Kalender, dann vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen drunter schreiben oder helfen und sagen, guckt mal da, da ist das oder guckt halt einfach ganz normal übers Blog. Das Blog ist übrigens, auch da ein dickes, der fettes Dankeschön, überwiegende Teil dieses Jahres werbefrei geworden. Weil ich die Werbung, das geht gar nicht mehr, was das da ausgespielt wird. Aber das ist halt auch nur möglich, weil das hier so schön läuft. Also das vielleicht auch damit. Wie läuft das Ganze ab? Ich öffne jeden Morgen für bis Heiligabend. 24 Türchen mache ich auf und erzähle dann was. Das sagt natürlich, was da drin ist. Ein paar Anekdötchen oder was auch immer an Infos, wieso, weshalb, warum. Vielleicht ein paar Blödeleien. Und dann wollt ihr natürlich wissen, falls ihr mich interessiert hat, überhaupt nicht, was du erzählst. Ich will nur wissen, wie ich an die Android-Figur mit den abgebrochenen Antennen komme. Das funktioniert wie folgt. Nicht über die YouTube-Kommentare. Nein, da könnt ihr was reinschreiben, aber das zählt nicht zur Teilnahme. Das Ganze läuft über das TechnikVT-Blog. Da ist dann immer der Beitrag. Jeden Tag gibt es ein neun. Türchen 1, 2, 24. Und unter diesem Beitrag, da schreibt ihr dann einen Kommentar, dass ihr teilnehmen wollt. Wo dann ersichtlich ist, dass ihr halt teilnehmen möchtet. Da könnt ihr natürlich auch sonst noch was reinschreiben. Aber da, nur da zählt die Teilnahme. Und da bitte zwei Sachen dickfett beachten, weil wir die jedes Jahr, jedes Jahr wieder haben. Nummer 1. Wenn ihr da, ihr müsst zwei Sachen ausfüllen. Name und E-Mail. Wenn ihr beim Namen euren richtigen Namen eingebt. Ne? Hans Olo. Ich weiß, den Gag bringe ich jedes Jahr, aber ich finde den Namen einfach toll. Also, ihr heißt Hans Olo. Und ihr schreibt da beim Namen Hans Olo rein. Dann ist der öffentlich sichtbar. Auch für die Suchmaschinen. Für Google und für andere. Und dann irgendwann sucht ihr nach eurem Namen, in Anführungszeichen, damit man beide Vor- und Nachnamen zusammensucht. Hans Olo. Und dann findet ihr ganz viel tolles Zeug. Und dann auch vielleicht auch euren Beitrag oder euren Kommentar unter diesem Blog. Und dann habt ihr da gestehen, Faultier, ich möchte deinen Pelz streicheln. Und das ist euch irgendwann mal peinlich. Weil ihr vielleicht ein Bewerbungsgespräch habt oder sonst was und ihr wollt das vorher aufräumen. Und dann kriege ich immer wieder E-Mails. Und dann, Faultier, nimm den Kommentar. Bitte löscht das. Wenn ihr jemals Angst davor habt, das zu machen, dann schreibt bitte nicht euren richtigen Namen da rein. Nennt euch Mickey Maus. Nennt euch Goofy. Nennt euch Donald, Asterix oder was auch immer. Und dann noch eine Nummer oder sowas dahinter. Nennt, nehmt diesen Namen. Wenn ihr nicht wollt, dass euer richtiger, euer klaren Name bei Google zu finden ist. Das gilt jetzt einfach nicht nur für die Teilnahme hier, sondern es gilt für alles. Alles da draußen. Habt das im Hinterkopf. Weil ich möchte halt nicht immer dann nachher Kommentare vom Hand löschen. Oder kommt Mamis an. Hatten wir ja auch mehr als, ihr glaubt es nicht. Ich bin inzwischen bestimmt schon zweistellig mit Müttern, die angekommen sind. Weil ihre Kinder da was, ah. Gut. Dann haben wir noch den zweiten Punkt. Die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr auch eine Spam-E-Mail-Adresse reinschreiben. Wichtig ist nur, dass es eine E-Mail-Adresse ist, in die ihr dann auch reinguckt. Wo ihr dann seht, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Für die ganzen Google-Leute. Ihr könnt ja auch eure Google-E-Mail nehmen und dann Plus machen und dahinter dann noch irgendwas anderes machen. Aber das muss ich nicht erklären. Es muss nur eine E-Mail-Adresse sein, die halt funktioniert. Eure ganzen Daten werden nicht weitergegeben. Also das ist jetzt auch ganz ehrlich. Ich verkaufe das nicht oder was nicht alles. Das ist mir total Wumpe. Ich brauche halt nur eine vernünftige Art und Weise, mit euch dann zu kommunizieren, um dann zu sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Gib mal bitte deine Adresse, damit ich dann das Paket rausschicken kann. Diese Türchen, jeweils, ich habe nochmal die Einzelne, das ist ausführlich beschrieben, jeweils unten sozusagen in den Teilnahmebedingungen oder unter jedem Türchen kommt das natürlich auch nochmal. Ich sage dir mal so, ich lasse die Pi mal daumen. Morgens um 6 Uhr gehen die auf und dann lasse ich das abends bis 10 oder bis 8, was weiß ich, 22 Uhr, lasse ich es laufen. Ab dann ist Schicht. Das ist die Teilnahmezeitraum und dann gibt mir ein paar Stunden, vielleicht auch einen Tag, dann lasse ich einen Zufallsgenerator über die gültigen Kommentare laufen. Keine Sorge, doppelte Kommentare fliegen raus. Die IP-Nasen, ganz blöd bin ich ja auch nicht, fliegt auch alles raus. Es werden halt nur die gültigen Kommentare, werden dann sozusagen, daraus wird dann der Gewinnerkommentar ausgelost oder die Gewinnerkommentare, wenn es halt mehrere Gewinne in einem, oder wenn halt mehrere Sachen in einem Türchen sind. Und dann schicke ich euch eine Mail und bitte dann, hey, du hast gewonnen um deine Anschrift. Auf diese Mail habt ihr dann 24 Stunden Zeit zu reagieren, mir eure Anschrift zu schicken oder zu sagen, nee, ich habe es mir anders überlegt, ich will es doch nicht haben. Und dann ziehe ich halt wieder jemand anderen und dann hat der wieder 24 Stunden und so weiter und so weiter. Ich glaube, der Rekord vom letzten Jahr war, dass ich, glaube ich, 5 Leuten hinterhergerannt bin, beziehungsweise der 1. der hat nicht reagiert, 2. nicht, 3. nicht, 4. nicht. Also, wenn man damit teilnimmt, dann auch da bitte dann gucken, ob da dann eine E-Mail drangekommen ist, sozusagen in den nächsten 24 Stunden. So, das dazu. Teilnahmebegängung und sonst was? Ich gehe natürlich davon aus, dass jeder volljährig ist. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wie soll man das kontrollieren? Soll ich mir einen Ausweis zeigen lassen? Aber jeder volljährig. Und die zweite Frage, die dann auch oft immer mal kommt, ist, dürfen halt nur Deutsche teilnehmen oder was mit den Österreichern, was ist mit den Schweizern? Nein, das ist mir sowas von Wumpe. Dafür machen wir das ja. Ich habe schon Sachen nach Südafrika geschickt. Ich habe letztes Jahr was nach England geschickt. Ich glaube, ich habe was nach Israel verschickt. Das Israel war blöd wegen den Zollsachen. Das war echt mies. England wird ja dieses Jahr dann auch wieder schon doof. Oh Gott, das ist ja, letztes Jahr war das auch egal. Also, mir ist es total Wumpe. Wir finden einen Weg, wenn ihr das Paket wo auch immer hin haben möchtet. Das ist alles mit einkalkuliert, die Transportkosten in dieses ganze Projekt. Ihr könnt teilnehmen, von wo ihr wollt. So, damit haben wir diese ganzen Teilnehmensachen erklärt. Damit sind wir hoffentlich durch. Wie gesagt, mehr Informationen. Ich schreibe es ja nochmal, längliche Texte. Jetzt wisst ihr, wer Teilnahmen, wie Teilnahmen, wie das Ganze abläuft. Meldet euch, was ihr beachten müsst. Faultierland sind die ganzen Videos, aber Teilnahme halt im Technik-Faultier-Blog. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man mitnehmen müsst. Und nein, ihr müsst nicht abonnieren. Ihr müsst nicht liken. Ich freue mich natürlich auch. Aber alles wie sonst auch, kriegt ihr von mir nicht um die Ohren gehauen. Es ist, eingangs erwähnt, ein großes, fettes Dankeschön von mir an euch, dass ich das machen kann. Es freut mich wieder, dass ich das machen kann. Es wird wieder total verplant sein. Gebt mir, wenn ihr dann auch gewonnen habt und die Anschrift geschickt habt. Wartet ruhig eine Woche, bis ihr dann nochmal fragt, Faultier, hast du es rausgeschickt? Es ist auch für mich eine stressige Weihnachtszeit. Ich werde immer gucken, dass ich die Pakete dann immer gebündelt einmal zur Packstation oder zur Post schleppe. Nicht jeden Tag dann direkt laufen, sondern ich werde sie dann vielleicht sammeln fürs Wochenende. Dann wartet halt bitte. Es geht nichts unter. Jeder, der dann da gewonnen hat und von mir benachrichtigt wird, der kriegt sein Ding. Natürlich, 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 natürlich. Aber ihr braucht da nicht nach zwei Tagen. Ist schon, ist schon, ist schon. Da kann ich eine Tracking-Nummer und, 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 und. Keine Sorge. Und selbst wenn es verschüttet oder irgend so was, ihr kriegt es. Und wenn ihr dabei auch noch am Nordpol wohnt oder so. Wobei, ich habe keine Ahnung, ob DHL bis zum Nordpol. Ist ja auch, wir finden. Also das nur dazu. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Es wird wieder stressig. Ich denke jetzt schon wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ihr seht es auch an meinem Lächeln. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und dieses Jahr war schön. Und es wird schön. Und vielen lieben Dank an euch alle. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.